ja heute geht es mal nicht um eine uhr oder um sonst irgendwas heute würde ich wahnsinnig gerne einmal eure hilfe in anspruch nehmen und zwar geht es darum den ton in meinen videos zu verbessern zu optimieren ich habe verschiedene settings und ich möchte gerne dass ihr in die kommentare schreibt was euch am besten gefallen hat was ihr aktuell hört ist die aufnahme über dieses mikrofon das ist ein road smart left was ich direkt an mein iphone angeschlossen habe und ich nehme den ton direkt beim video dreh auf über die gleiche app das ist also quasi die option 1 jetzt kommt die option 2 und dabei nehme ich über dieses road smart left auf was ich an einen externen field recorder angeschlossen habe und diesen ton mische ich dann anschließend dem video bei und mich würde interessieren wie ihr das seht welcher dieser beiden töne besser ist noch einmal das bügel mikrofon am mund und jetzt das mikrofon hier am t shirt über den externen recorder die dritte option ist ein road mikrofon ein tisch mikrofon dafür muss ich kurz umstöpseln und dann kann ich euch auch dieses mikrofon im vergleich einmal zeigen ihr hört mich über mein externes road tisch mikrofon was ebenfalls über einen externen recorder läuft ja mich wird wahnsinnig interessieren welche dieser töne euch am besten gefallen hat ich packe jetzt beim ganzen kram raus mal ein gehe auf den balkon und macht das gleiche dort noch mal als außen aufnahme und dann hätte ich gerne super super gerne eure meinung welcher ton euch am besten gefallen hat so jetzt bin ich auf dem balkon es gibt den gleichen vergleich also aktuell spreche ich über meinen bügel mikrofon aufnahme direkt über mein iphone so wie ich das bisher üblicherweise gemacht habe und ich wechsel jetzt auf meinen ansteck mikrofon welches ich über einen externen recorder aufnehmen und im direkten vergleich also noch mal hier das bügel mikrofon und jetzt das ansteck mikrofon im sonnenlicht auf meinem balkon mit ganz leichtem wind aber eben wahrscheinlich ohne hall weil es eine andere aufnahme situation ist ich stecke jetzt mal kurz um und benutzer dann noch mal mein externes tischmikrofon so ich habe umgestöpselt aktuell wieder über meinen bügel mikrofon am mund und jetzt gehe ich über mein externes tischmikrofon mit entsprechend wahrscheinlich etwas mehr außen und seitengeräuschen es würde mir extrem helfen wenn ihr mir schreibt in welchem setting drinnen am schreibtisch und hier draußen euch welches mikrofon am angenehmsten ist zum hören denn das ist so das was ich mir vorgenommen habe in nächster zeit zu verbessern den ton noch weiter zu optimieren würde mir extrem helfen zu verstehen was euch da punktuell am besten gefällt